Und? Was hat Kinski gesagt? Die Preußen haben unser neues Angebot gemacht. Sie bieten uns den Frieden an. Na bitte, ihr kriegt ein Kind und wir alle den Frieden. So, und jetzt festatmen. Einatmen. Was wollen Sie dafür? Sachsen und zusätzlich noch Glatz. Hoheit, wir sollten einen Kaiserschnitt in Erwägung ziehen. Auf keinen Fall! Was meint ihr? Auf keinen Fall was, Hoheit? Der Preußen wird eben im Ort hier kein Zoll verweich. Preußen garantiert sofortigen Waffenstillstand werden, wenn wir ihn in die Annektierten Gebiete zuerkennen. Wir müssen das annehmen. Dann könnten wir wenigstens einmal Luft holen. In Wahrheit will Friedrich doch nur unsere Kapitulation erzwingen. Habt ihr vielleicht eine bessere Lösung, Graf? In ein paar Minuten will ich dir schlafen, Hoheit. Ich will nichts mehr spüren. Hör auf, der Bart nicht! Zu spät. Wir müssen das Kind so zur Welt bringen. Ich muss es rakeig um Hilfe bringen. Hoheit! Hört ihr mich? Ihr müsst wach bleiben. Bitte! Einen Steißgeburt! Nein, bitte nicht! Wartet draußen! Wartet draußen! Geht! Was ist passiert? Lebt sie! Ihr habt einen Sohn, Hoheit. Und sie? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Das ist dein Buch! Das Reich hat dann in den Schroden vorgelegt. Und in den Schroden, bitte. Es ist ein Buch. Ein Sohn! Es ist endlich ein Sohn! Ja! Liebes. Schau, Josef, da ist sie. Das ist deine Mama. Ist sie nicht schön? Ich hab dir die schönste Mama der Welt ausgesucht. Sieht der Caroline nicht ähnlich. Caroline ist im Himmel. Wir haben jetzt einen Sohn. Euch, wie Sie sich mit uns freuen. Es gibt keinen Grund zur Freude. Sie ist spät geboren. Wir müssen sie in einem anderen Spatel ins Krieg geben. Hurra! Ja! Vielen Dank. Vielen Dank.